Weniger ist manchmal mehr. Das ist ganz wichtig. Auch im ganzen Leben. Weniger ist mehr. Lass es so stehen. Ellbogen zur Hacke hin. Und dann Schritt nach vorne. Dann Schritt nach vorne und gleich wieder den nächsten. Zack, zack, zack. Dann wieder hier. Ach so. Zack, genau. Dann Schritt nach vorne, ausverschliegen. Genau. Okay. Runter. Hoben. Und wieder. Runter. Zu ein bisschen leichter. Doppelt so groß. Jetzt nochmal für die Kamera. Schuhgruss 48. Deswegen fallen mir die Übungen natürlich deutlich gleich. Vielleicht auch mal die Jürgen damit klar, ne? 48. Echt? Und was hast du? 43, aber das sieht größer aus. Du siehst aus wie Shaquille O'Neal. Was hat der 60, ne? Ich meine, ich spiele auch ähnlich Basketball gescheckt, aber... so, ja? Ja. So, ja? Ja. Rücken gerade und nach vorne. Und dann Bein gleichmäßig nach hinten füllen. Genau. Schau. Schau. Auf. Und aus nach hinten. Dosen hin. Beine hin. Hoben hin. Ne? Beine hin. Beine hin. Auf. 6,5,5,6,5,5,7,4,5,5,6,7,4,5,5,0,5,0. aus der perspektive hat es eine ganz schöne doppelkinn das täuscht die perspektive halt 10 mal die gewichte zusammen wie viel machte 10 20 30 40 kilo allein an gewichten 20 mindestens 20 20 oder 24 20 also 2 x 10 oh ich glaube da mache ich mich mit warm ist das easy Ah, kann noch was drauf. In die Fasern, um zu reißen. Weniger ist manchmal mehr. Das ist ganz wichtig. Auch im ganzen Leben. Weniger ist mehr. Lass das so stehen. Auf Wieder. Ich sag das gleiche, rücken wir mal schön festmachen. Die gleiche, ja? Genau. Okay. Was ist das? Nein. Bisschen langsam runter am Schulter, schön aber hinten unten lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.